Games Daily und Hightech verlosen jeweils einen Key Batman Arkham Origins. Das heißt, es gibt eine doppelte Gewinnchance. Einmal könnt ihr einen Key bei uns gewinnen und einen bei Hightech. Um einen begehrten Key zu bekommen, gibt es zwei Kriterien. Ihr müsst auf der Facebook-Seite von Games Daily ein Gefällt mir hinterlassen und ihr müsst unter dem Beitrag des Gewinnspiels ein Kommentar verfassen, das ihr teilnehmt. Alle Infos und Links befinden sich in der Beschreibung unter dem Video. Viel Glück wünscht euch euer Games Daily Redaktionsdienst. Black Mask, put a bounty on my head. Where is he? This time tomorrow, Gotham's gonna be mine. Black Mask� Black Mask� You'll die badly, Batman. Making that happen is my personal mission in life. I'm gonna dedicate every waking minute to tracking you down and taking you out. You'll be right back.